Wenn du deine Gummipads reinigen willst, dann bitte richtig, ich zeig dir heute wie es geht. Ich benutze den Gummiprotektor von Dr. Kedo. Du musst einfach nur die Dr. Kedo Lösung auf dein Pad tröpfeln und anschließend das Pad mit einem Mikrofasertuch reinigen. Egal ob normales Pad oder Symbol Pad, der Vorgang ist der gleiche. Dr. Kedo Lösung drauf, Mikrofasertuch und reinigen. Und im nächsten Video zeige ich dir wie du ein Mash Head Pad reinigen kannst.